Wir mussten bei uns in der Wohnung alles stehen und liegen lassen. Mein Geburtstag stand vor der Tür und deswegen haben wir uns fertig gemacht und sind dann nach Sachsen gefahren. Dort komme ich nämlich ursprünglich her und deswegen haben wir entschieden, den Tag dort zu verbringen. An meinem Geburtstag sind wir dann erstmal Secondhand shoppen gegangen und ich habe zwei mega coole Hosen für mich gefunden, die auch echt sehr günstig waren. Also Secondhand shoppen auf dem Land ist anders und lohnt sich meiner Meinung nach einfach viel mehr. Also wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, probiert das aus. Christoph hat übrigens dieses coole Hemd gefunden. Dann sind wir mit den Hunden spazieren gegangen und Christoph war total begeistert von den ganzen Bergen, was für mich irgendwie das Normalste der Welt war. Dann kamen Freunde und Familie und es gab Torte und in diesem Sinne Happy Birthday to me.